Haben Sie Geld zu verbrennen? Das Problem ist, das Papier ist eigentlich nicht dafür geeignet. Es ist nicht dafür gemacht, denkt man. Es ist aber dafür gemacht. Sie wollen es einem nicht so leicht machen. Generellige Frau, ich verbrenne hier Geld. Haben Sie ein bisschen, was Sie auch verbrennen möchten? Nein, es macht Spaß. Es macht großen Spaß. Ich wusste gar nicht, dass es so schwierig ist, Geld zu verbrennen. Bisher ist mir das immer leichter gefallen. Je älter ich werde, desto schwerer fällt es mir, das Geld zu verbrennen. Ich würde natürlich nie Geld verbrennen. Wenn mir jemand von Ihnen eine Million geben, würde ich wieder spielen gehen. Denn spielen macht doch Spaß. Aber zum Glück gibt mir keiner die Million, oder? Ich würde euch nutzen. Also, wenn es jemand ehrlich ist, dass wir das Geld auch dazu делают.